Das beste Gedicht entstand einmal auf einem Free Spirit Kurs am Abend, als wir auf einen Tag zurückschauten, wo wir uns gedacht haben, bist du gelebt? Was ist alles gewesen mit den Menschen? Das heißt Free Spirit. Ich gelb. Ich gelb. Ich blau. Ich blau. Als Hund würde ich jetzt wow, wow, wow. Dankeschön. Applaus 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 Musik 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 Jetzt gibst du uns bitte ein bisschen hinunter. Ein schönes Gesicht raus. Meine Lichter. Hast du mich auch drauf, Anna? Hast du mich drauf? Dich werden wir jetzt löschen. Musik 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 Musik